ein apfel nice aber wir haben keinen platz scheiß kommen schmeißen die zwei kohle mal weg da setzlinge wirken sind echt nicht so ergiebig ne wir uns drei birken setzlinge drei eichen passt doch damit sollten wir irgendwie vorankommen ja schön haben wir hier sogar ein angrenzendes anderes neues bio noch innerhalb von unserem naja nicht ganz näher jetzt haben ein problem ist muss ich natürlich gucken dass ich wieder zurückkommen da mal die berge und so weiter wenn man da ist das wasser müssen echt aufpassen jetzt sind wir hier noch ein paar setzlinge runtergefallen müssen echt aufpassen dass wir hier nicht aus versehen am arsch der welt landen und nicht zurückkommen wie herrliche so jetzt sind wir wieder drin sieht man aber auf der karte ist schon unterschied und auch hier wieder fette höhlen ist das gleich normaler fichtenwald jetzt hier gerade der hier angrenzt ne ja die wahrscheinlichkeit steigt dadurch natürlich dass wir hier dorfbewohner finden schweine wir haben überall schweine hier voller mörder ich möchte aber kühe ich brauche leder sonst müssen unsere kühe ein bisschen poppen lassen hat die mehr ja dass wir mehr kühe haben oder kann auch irgendwie anders leder herstellen keine ahnung ich bin minecraft nur weißt du ne du aber das sieht echt danach aus weil wir hier keine kein dorf haben in der gegend äpfelhorden nehmen wir hier ne ihr blöden hallo batsch 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 oh äh was bist du denn für einer lol äh äh die sehe ich ja map am erwähnen diese mal im muss schaffen aber vielleicht ist auch ein dorf gerade näher als wir denken ich würde sagen wir gehen einfach mal darüber kurz vielleicht ist ja da irgendwas und da ist natürlich noch die voraussetzung natürlich das wird wir brauchen aber wenn dort für neistet ja nicht dass wir schicken in weiß ist immer wieder ist so stark ich muss echt noch mal gucken wie so ein rucksack geht ich weiß was die scheiß sensor schienen schmeiß einfach weg keine ahnung ich damit anfangen wie viel leder war das ein stück nur nein hier ist ein hund ich habe keinen fucking knochen dabei die stelle müssen uns merken hier dieser kleine plumpsklo hier dieser mini teich hey na du wirst bald ein schönes zuhause bekommen ne schade schade ich habe jetzt keine knochen dabei das ist so blöd jetzt ne leute verzeiht mir verzeiht mir einfach ich werde ich schwöre es euch ich werde die knochen zu hause wegwerfen die wir hier verbrauchen ich schwöre es euch ich will nur ein wuff mit nach hause nehmen sollte reichen gegenstand zerstörung sorry leute ich habe die chance will ich mir nicht gehen lassen hier woów wuff 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 waff wuff will Х tschüss zuhause wille zuHareims und du kugh Даже哦 Fußball H inch Hoor 포인 monet 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 jackpot jahr ja oh ja Was mit dir? Oh ja, ihr seid die geilsten Ihr seid die geilsten Wir haben ein kleines Hunderudel Wolfrudel, Wolfrudel Na? Ja, ihr seid cool Ich werde euch auch später Wir können euch ja auch Namen geben, ne? Wenn ihr Namensideen habt, schön in die Kommentare bashen Und du? Ah, nice Was haben wir hier unter jetzt? Wir sind ja nicht mehr so einsam Geil Ich weiß, es war jetzt ein Bitchmove von mir Mit der kreativen Hose, aber hey Ich bin der Onkel Wir haben jetzt Wie viel hatten wir? 46 Knochen? Keine Ahnung Wie viel Leder haben wir? Drei Das wird nicht reichen für einen Rucksack Ich weiß auch gar nicht mehr, wie so ein Rucksack geht Aber leider Ich wollte doch da drüben gucken Wir wollten doch da rüber gehen Wegen dem Dorf gucken Da gucken wir auch mal So viel ich weiß Borne die Hunde einnimmt her Da dürfte eigentlich nichts passieren Ich wollte nur mal hier hoch Und schauen, ob wir Irgendwas entdecken können Aber anscheinend ist das hier einfach nur Ein Biom Eingekreist Von unserem LOL Aus Versehen Vollbildmodus gewechselt Geändert Aber wir scheinen völlig verlassen zu sein Wir sind überall so kraterähnliche Dinge Keine Sicht Keine Zivilisation in Sicht Weil gut Jetzt haben wir uns Knochen geschiebt Jetzt könntet ihr sagen Gönnt ihr doch einfach auch Karotte und Dings Ich weiß nicht Ich weiß nicht Leute Ich will nicht zu viel schieten Ihr wisst das doch Außerdem schmeiß ich die Knochen gleich weg Wenn wir Zuhause sind Schade hat man hier nicht so Ja doch könnte man eigentlich später alles machen Künftschrauben so bauen Braucht man natürlich nur die Mots Sind auch alle da Vier Stück 1,2,3,4 sind wir Ich guck mal von Da oben Aha hier versteckt ihr euch Oh mein Gott tut mir leid Oh mein Gott tut mir leid Hier Hey Kann ich dir nicht essen geben Magst du Fleisch Hier kriegt ihr mal was zu futtern Haben wir jetzt auch alle Fortschritt erzählt Die Hühnchen und die Blümchen erreicht Loll Wo ist diese Mastschwein Kommt schon wieder die Schafe Kommt ihr dürft auch mal jagen Danke So Mein Gott Ich drück mal den Falschknopf Ja wie es aussieht Äh Auch an der Spitze dieses Berges Wo schon der Schnee liegt Verletzt euch nicht Passt auf Oh da unten ist Lava Das ist halt gemeingefährlich Hier ist echt gar nichts Wir sind komplett verlassen Könnte jetzt natürlich noch einstellen Noch mehr Chunks geladen werden Wer hat hier gerade Geht's hier irgendein Wo kommst du denn her Ja wie Oh Wir haben ein Babyhündchen Bestimmt weil ich die gerade gefüttert habe Oh Wir haben jetzt sogar schon Baby Is das nice Ja wir passen auf dich auf Ja 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 Hm Sieht echt gruselig aus Seht ne Irgendwie so tot die Landschaft Ey wer weiß was da los ist So wir müssen gucken Dann werden wir jetzt wieder zurückkommen In unser Gebiet Oh geil Haben die uns denn noch ein kleines Wölfchen gemacht Ich schwörst euch wie schnell die Tage hier rum sind Ne Ist der Knaller Der war nicht gut Das war nicht so gut Das tat ein bisschen weh Ach ja Wir werden vermutlich niemals ein Dorf finden hier Ich müsste hier wahrscheinlich echt mal mit Mit diesem Programm da gucken Ob hier irgendwo ein Dorf in der Nähe ist Wenn das jetzt tausend Blöcke entfernt ist oder so So bringt das ja auch nicht viel Dann müssen wir eine Reise antreten Passt auf Ich finde hier echt nix besonderes Äh Jetzt sind wir wieder am Rand Ich steuere halt irgendwo eine Spinne rum Oh wir kommen schon wieder abseits Ja auch riesig hier aber Kein Dorf Ich weiß auch gar nicht ob ihr diesen Biomen hier Dörfer gibt und die sind überall Höhlen anscheinend Aua Alles gut Aber wir haben auf jeden Fall ein heftiges Biom hier Ich würde ja sagen ich fliege einfach mal hier durch die Gegend Aber Das wird es auch nicht sein Das wird auch nix bringen Na Ich würde sagen wir können eigentlich langsam zurück gehen oder Das wird es auch nicht sein